Heute habe ich es mir vorgenommen. Heute besiegen wir diesen elenden Friedhofssack. Wir müssen ihn in den Nahkampf locken. Eins. Zwo. Drei. Ah, das war schon mal nicht gut. Das war schon mal gar nicht gut. Ah, nein. Das war auch nicht gut. Mann, ich mache aber auch immer wieder denselben Fehler. Au. Hä, ich war doch schon draußen verflucht. Ah. Ich hasse dich, du Riesenechse. Ah, nein. Nicht gut. Okay, ich darf immer nur einmal zuhauen, so verführende ich die Sache auch ist. Einmal zuhauen und dann weg. Ah. Boah. Oh, habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Lass das! Lass das! Ah, der erwischt mich aber auch immer voll. Und das war wieder mal ein Fehler meinerseits. Er macht aber auch nie das, was ich erwarte. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Na. Lauf, Peter. Ah. Wo ist der andere? Ah. Lauf damit. Ah. Nein. Trink den Heiltrank. Ich flehe dich an. Oh. Eins. Zwo. Treu. Okay. Lauf, 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 Peter. Ah. Woohoo. Okay. 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 Nein, 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 nein,lein. Nein. Ne, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Hahaha. Oh, Leute. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich hätte ihn fast gehabt. Oh, ich mach's nochmal. also ich werde nicht sagen aber dieses spiel hat in sich ich hätte meine punkte halt doch ein bisschen verteilen sollen jetzt weiß ich zum glück ein bisschen wie ich es machen muss okay das läuft doch gut okay es läuft gut es läuft gut ich habe noch keinen heiltrank gebraucht und habe ihn bereits einen seiner balken genommen nicht gut von wo weg verdammt au Ah, das war nicht gut. Bats! Okay. Na, nicht gut. Ah, nicht gut. Nein! Ah, das gibt's echt nicht. Dieses Mal war ich wieder schlechter. Es hat so gut angefangen. Okay, Peter. Konzentration. Ein letztes Mal Konzentration. Dieses Mal schaffst du ihn. Dieses Mal schaffst du ihn. Das Spiel ist eine Herausforderung. Eins. Zwo. Drei. Nicht gut. Oh, ich war doch schon draußen. Komm schon. Ah, ich war doch jetzt. Pachter nicht. Ah! 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 Das gibt's doch nicht! Ich komm nicht mehr raus! Ah! Ja! Ah, nicht gut! Erstmal einen Heiltrank rein jetzt! Nummer 1 Nummer 2 Ah, verdammter Baum! Nummer 1 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 Okay. Und vorwärts. Ah, nicht gut. Aber wir sind eigentlich ganz gut unterwegs, beziehungsweise ich. Ich glaube, dieses Mal kann ich es echt schaffen, wenn ich die Konzentration jetzt nicht verliere. Nein. Wuhu! Eins. Zwei. Drei. Ah, nein, bitte nicht. Das habe ich jetzt nicht gedacht. So. Gelegenheit genutzt. Nummer eins. Nummer zwei. Okay. Ah. Kollege, du machst mich fertig mit deinem Mist. Du machst mich echt fertig. Hast du eine Ahnung, wie meine Pumpe geht? Hast du auch nur die leichteste Ahnung, wie meine Pumpe jetzt geht? Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Okay, mein Großer, das war's für dich. Zack. Malometer. Was ein Feind, Leute. Was ein Feind. Oh. Oh, mein Herz. Wir haben es geschafft. Wir haben die Bestie erlegt. Anbeter. Jetzt gibt mir hier aber schnell mal meine Belohnung. Die hab ich mir ja wohl redlich verdient. Versiegelte Rune, Klauenfang, Großaxt. Wo ist ein Klauenfang? Klauenfang. Ach, die macht auch nicht viel Schaden. Oh, wir haben es echt geschafft. Ja, was macht man jetzt, wenn man es geschafft hat, ne? Was macht man jetzt? Es gibt so viele Wege, die wir gerade einschlagen könnten. Zum einen kommen. Zum einen kommen wir hier hinten durch. Zum anderen hatten wir ja aber auch da hinten noch. Hier ruht ein unglaublicher Kämpfer. Zah. Zum anderen konnten wir auch hier unten noch rein. Oben waren wir ja leider auch nicht fertig. Keine Ahnung, was uns da noch erwartet hätte. Aber ich denke, wir kommen da bestimmt noch mal hin. Oh, jetzt muss ich aber erst mal hier rein. Jetzt muss ich echt erst mal hier rein. Oh, seht ihr das? Hier flackert irgendwas drüber. Ich weiß nicht, was es ist, aber es flackert und das macht mir Angst. So, jetzt haben wir uns aber erst mal was für die Charakterentwicklung hier verdient. Machen wir uns mal zwei Punkte. Einen auf Stärke natürlich. Gesundheit. Bestimmt die Menge an Gesundheit. Erhöht die Menge magische Energie. Da, 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 da. Aus der Energiemanagement. Aus der dir zur Verfügung steht und verbessert deine Fähigkeit, schwere Ausrüstung zu tragen. Nein, ich will noch einen Punkt. Erhöht den Schaden mit schnellen Waffen. Liefert aber auch eine leichte Steigerung der Energie. Machen wir hier auch mal einen drauf und noch einen auf Glück. So. Und jetzt hole ich mir noch Magiepunkte. Ein magisches Fahrerwesen folgt dir, wiederholt deine Handlungen und versucht, und verursacht den gleichen Schaden. Wieso kann ich das nicht nehmen? Brauche ich da mehr Punkte für? Ich kann das alles nicht nehmen. Dafür brauche ich Glaubenslevel mehr. Wie steigere ich denn mein Glaubenslevel, wenn ich das mal fragen darf? Äh, Zauberpunkte 2, Stärke wie Glaube 9, Ausdauer... Ah, ich ahne! Glaubensanforderung 12. Ich habe nicht genug bei Glauben. Das heißt, wir brauchen noch 3 Punkte. So, und jetzt können wir das. Genau. Gebet. Ein bewegungsloser Klon, der die Gegner auf sich zieht. Das ist so gar nicht ganz mein Stil. Töten oder ihr schweren Schaden zuzufügen. Nehmen wir das mal so. So, und wie ging das nochmal mit den Zauberwechseln? Hehe. Ich glaube, so ging es nicht, ne? Ah, doch, hier. Mit X. Gebet. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wie, das war's? Oh, ähm. Ja gut, also ich muss sagen, der Feind, der ist doch relativ stark. Aber wenigstens lungert der hier nicht mehr rum. Da benutze ich das hier gleich nochmal. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Ich muss jetzt erstmal die Kämpfe der letzten Zeit auch verdauen. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Macht's gut.